Hallo ihr Lieben, ich hoffe ihr habt einen wunderschönen Tag. Wir haben hier das Thema Klimakleber und diese ganzen Proteste gegen die Klimakrise bzw. das ungünstige Verhalten der Umwelt gegenüber wird ja stark kritisiert von den Klimaklebern. Sie haben sich protestmäßig überall hingeklebt mit ihren Händen, ja mit irgendeinem starken Kleber. An Straßen haben sie sich geklebt. In Berlin haben sie den Verkehr lahmgelegt, weil die Autos um sie herum gefahren sind, weil sie da geklebt haben an der Straße. Naja, haben dann natürlich auch, wie wir das aus den News, aus den Nachrichten so kennen, auch Kunstwerke beschmiert in Museen und im Prinzip, ich denke, versucht unsere Kultur oder einfach unsere Menschheit, also unsere Kultur. Das ist ja auch die ganze Historie, also ich sag mal, das ist ja ein, naja, eine Verewigung der Menschheit ist ja im Prinzip Kultur und Kunst, ja. Also das heißt, es gibt ja historische Kunst, es gibt ja ganz, ganz alte Gemälde und so weiter und das ist ja ein Zeugnis unserer Kultur und unseres menschlichen Werdegangs auch, ja. Also das heißt, Kunst und Kultur sind ja ein Gut, was ja unser Leben dokumentiert und auch natürlich aus unserem Leben nicht wegzudenken ist. Deswegen sind ja auch solche alten Gemälde ja auch so teuer und hängen in Museen und so weiter, ja. Also das ist ja ein Stück weit unsere Seele als Gesellschaft und das haben die natürlich dann auch zerstört, beklebt, ich glaube, mit irgendwie Essen beschmiert, wobei Essen ja auch ein sehr wichtiges Gut ist. Also das haben ja auch manche, also viele kritisiert, so, ey, wieso schmiert ihr mit Essen rum, ja. Also ich meine, es gibt Leute, die hungern in der Welt, also wenn man Gutes tut, dann soll man ja Gutes tun. Wobei das ja auch nichts Gutes ist, wenn man das so protestmäßig vielleicht übertreibt. Aber ich wollte einfach mal ganz wertfrei, also ich sage hier meine Meinung dazu jetzt nicht großartig ihr Leben gar. Also mir tut es leid, dass manche oder einige oder viele jetzt nicht irgendwie pünktlich zur Arbeit gekommen sind, Probleme hatten im Straßenverkehr, weil da Leute rumgeklebt sind und so. Also das Problem ist ja auch, die Frage ist natürlich, ob dann solche Aktionen wirklich zur Politik hervordringen oder ob es nicht dann doch schon wieder der kleine Mann ausbaden muss, indem er da zu spät zur Arbeit kommt, am Ende noch Anschiss kriegt vom Chef und am Ende jetzt nichts Gutes bei rauskommt. Ich wollte jetzt einfach mal wissen, ja, ob denn, und das ist einfach ganz wertfrei, ob denn diese Proteste von diesen Klimaklebern vielleicht nicht doch irgendwie eine Auswirkung haben auf unsere Politik, auf unsere Klimakrise und auf unser Verhalten, was den Klimaschutz angeht. Und ich persönlich finde, dass eigentlich auch durch das Deutschland-Ticket, was ja heute rausgekommen ist, yep, yep, ich hoffe, ihr genießt es für die, die sich das geholt haben und habt schon schöne Ausflüge vielleicht gemacht heute oder so. Naja, auf jeden Fall, ich finde, das ist zum Beispiel ein ganz guter Schritt, ja, dazu die Leute zu bewegen, mehr mit dem Zug zu fahren oder mit alternativen Verkehrsmitteln. Ich finde auch so etwas wie Blablakar oder Mitfahrgelegenheiten auch sehr gut, zumal viele auch Benzin sparen können und so. Also gerade dieses Carsharing und solche Sachen, die werden ja auch immer mehr. Und Leute haben ja auch ein größeres Bewusstsein für die Umwelt, immer mehr. Ich finde halt immer mit der Knarre ankommen bei Leuten ist immer irgendwie scheiße. Genauso wie Hardcore-Veganer, die im Prinzip alle hassen, die jetzt nicht genauso Hardcore-Vegan sind. Das ist natürlich auch der falsche Weg, weil so macht man sich ja eher, man macht sich so überhaupt keine Freunde, man verletzt die Leute eigentlich mit so einem Verhalten. Viel besser wäre es doch, was richtig Gutes zu kochen, die Vegan-Hasser dazu einzuladen oder Häppchen im Supermarkt zu verteilen, die vegan sind, aber eigentlich wie Fleisch schmecken. So kriegt man doch die Leute viel mehr als mit irgendeinem Hass. Das habe ich immer nie verstanden, so ein Ansatz. Aber gut, ich meine, als Manifesto im Human Design versteht man irgendwie solche Brüllansätze auch einfach mal weniger. Aber lassen wir das mal so stehen. Ich wollte einfach mal wissen, haben denn diese krassen Protestaktionen eigentlich vielleicht sogar nicht doch eine positive Wirkung oder gar nicht? Ja, das ist auch mal ganz interessant, mal einfach mal zu beleuchten, ohne das zu bewerten. Ja, wir Kartenleger, wir bewerten gar nichts. Wenn ihr zum Beispiel mit einem Thema kommt zu uns, wir machen in der Mehrzahl auch persönliche Beratungen. Also bei mir könnt ihr auch eine persönliche Beratung zu allen Themen buchen. Ob es jetzt Liebe ist, ob es Weiterkommen im Job ist, ob es bestimmte andere Themen sind, whatever. Wir können alles erfragen hier in den Karten, ja. Also scheut euch nicht mehr einfach eine E-Mail zu schreiben, wenn ihr, wenn euch was unter Nägeln brennt und ihr eine Antwort, eine zusätzliche Antwort euch abholen wollt. Zu Themen, die euch bewegen, im Privaten zum Beispiel, ja. Oder geschäftlich, wie ich erklärt habe. Naja, und deswegen, also dann sage ich ja auch nicht, ich bewerte jetzt meinen Klienten, weil er die und die Frage hat. Ne, ich gucke in die Karten und damit hat sie es, ja. Und bin total neutral. Ist ja wichtig als Medium, als Kartenleger, komplett neutral zu sein. Und das ist das, was wir hier halt auch machen. Auch wenn man natürlich selber eine Meinung irgendwo hat oder die so für sich formuliert hat. Ich finde irgendwie, ein intelligenter Mensch erlaubt sich auch eine Meinung zu ändern. Insgesamt, ja. Dass das halt offensichtlich auf die Kappe von Bürgern geht, das finde ich dann schon. Aber jeder hat halt so seine eigene Denke dazu und das ist ja auch legitim. Also, wir haben hier einmal, die Nicht-Klimakleber ist das Patriarchat. Das ist ganz, ganz interessant zu sehen. Wir haben hier einmal so den Herrscher. Das steht einfach hier für die männliche Energie, für die männliche Politik, ganz klar, der Herrscher. Und wir haben hier einmal, haben wir das Patriarchat. Ich übertreibe es jetzt ein bisschen. Aber wir haben hier einfach wirklich eine weibliche Energie hier. Also, das ist so die Seite der Klimakleber. Und das ist die Seite der Nicht-Klimakleber. So habe ich das so ein bisschen unterteilt. Die Nicht-Klimakleber, Entschuldigung. Das ist hier im Grunde genommen die männliche Energie, weil der Herrscher ist männlich. Der Herrscher ist auch der Herrscher, ja. Also, das ist wirklich, so heißt die Karte für alle, die Tarot nicht so kennen. Und der Herrscher hier ist eigentlich die Politik. Also, ihr Lieben, wir leben immer noch im Patriarchat. Ob jetzt irgendwie die Feministinnen, Babu sich herumgezogen sind oder Nicht-Babu sich herumgezogen sind oder männlich sich angezogen haben. Und gemeint haben wir Malochen genauso wie Männer. Egal, was Feministinnen gemeint haben. Wir sind immer noch im Patriarchat, weil der Herrscher ist stärker als die Königin der Münzen. Ich finde übrigens ein sehr erotisches Bild. Findet es nicht auch jemand, dass es ein sehr erotisches Bild ist? Immer, wenn diese Karte rauskommt, denke ich mir. Hola, die Waldfee. Ja, so, also einfach dieses Patriarchat, ihr Lieben, ja. Das ist hier einfach, das ist einfach eine stärkere Energie als diese Königin hier. Die hocken immer noch am längeren Hebel. Das muss uns klar sein, ja. Wir denken manchmal in so Utopien, so nach dem Motto, was könnte denn sein, wenn wir weiter kämpfen würden. Ja, ja, hätte, hätte, Fahrradkette irgendwie. Es geht ja auch darum, was heute ist und was heute nicht funktioniert. Wenn heute Frauenberufe beschissen bezahlt werden, dann ist das ein Problem von heute. Dann müssen wir heute drauf reagieren und nicht in Utopien denken, so nach dem Motto, wird schon. Und so tun, als ist es das nicht. Auch die ganzen Feministinnen sind auch so populär geworden, weil das Patriarchat sie unterstützt hat und es ihnen auch erlaubt hat, so zu machen, dass Weiblichkeit nicht mehr geschätzt wird und dass wir alle so Malochen und schön Steuern zahlen. Und so hat keiner mehr Bock, Kinder zu kriegen, weil als Frau würde ich hier in der BRD keine Kinder mehr kriegen und auch meine kleinen Kinder nicht in die Kita abgeben. So, jetzt bin ich voll abgeschweift, aber es ist wirklich ein männlich und weibliches Thema wieder. Es gibt einen Kampf der Geschlechter, ja. Natürlich ist das Patriarchat stärker, weil wenn sie natürlich körperlich stärker sind, dann haben sie uns natürlich vor ganz, ganz vielen Hunderten von Jahren in die Höhle gezogen und uns gezeigt, wer der Macker ist, ja. Femizide sind ja auch immer noch ein Problem, auch wenn wir die so in der Nachbarschaft nicht sehen. Dämliche Chefs, ja, die irgendwie führen wie Dinosaurier, die sind immer noch am Start und so weiter. Also Patriarchat ist leider immer am stärkeren Hebel, das ist das große, große Problem. Aber die Frau hat die Macht der Verführung, ich finde gerade diese Karte. Das Interessante ist, die hat noch nicht mal irgendwie was Provokantes an, hat das so eine Erotik. Das finde ich immer das Lustige, ja. So auf dem Motto, wieso, it wasn't me, hab nix gemacht, ja. Ich hatte normale Klamotten an. Das ist die Macht der Frau. Interessant, seht ihr, ich wollte über die Klimakleber reden, aber ich rede das, was das Tarot mir sagt, ja, was mir medial reinkommt. Ähm, aber, äh, Klimaklima, das Patriarchat hier. Also, unsere Regierung hat keine Ahnung, wie sehr sie die Umwelt wirklich verschmutzt oder nicht verschmutzt, denn wir haben hier den Mond. Die haben zwar irgendwelche, ähm, das ist wie ein Lauterbach, das Thema, ja. Sie glauben irgendwelchen Wissenschaftlern, was weiß ich, anstatt einfach die Glubsche aufzumachen und einfach mal reinzuspüren. Die Frau ist diejenige, die das Emotionale oft mitbringt. Die Frau ist diejenige, die rein spürt. Ich gebe euch mal ein, ähm, sorry für, wie ist das hier mit dem Licht nicht so ganz perfekt, entschuldigt. So, jetzt ist es, glaube ich, auch nicht viel besser. Ähm, was ich damit sagen möchte. Reinspüren ist, ähm, ist auch wichtig. Ich meine, natürlich können auch Männer rein spüren irgendwie in eine Sache. Ähm, ich gebe euch ein Beispiel. Ich lebe in Ingolstadt. Ingolstadt, ähm, ist dominiert von Audi. Hier, ähm, ist ein ganz, ganz großer, ist eine ganz große Männeranzahl. Das kann man zum Vorteil sich nutzen. Würde ich empfehlen. Weil sonst hast du hier nichts verloren. So, aber ich wollte jetzt zum Thema Umwelt was sagen. Egal an welchen Scheißsee du hier gehst, Bayern hat wunderschöne Badeseen, also auch tolle Baggerseen und so, ja. Bayern ist so, äh, sehr, wirklich nett mit Seen und so. Also hier haben wir im Umkreis, ich weiß nicht, vier oder fünf oder sechs Seen, äh, die man irgendwie mit dem Fahrrad knapp noch erreichen kann, wo man auch mal eine Stunde hinfährt mit dem Rad oder so. Aber die wirklich, und alles was hier unmittelbar in Ingolstadt ist, ist so verdreckt. Entweder Blaualgen sind da drin, ich habe auch schon mal eine Ratte gesehen im Baggersee. Äh, der, ähm, Auwaldsee ist vollgekackt mit Enten, wobei die Enten ist jetzt nicht unbedingt ein männliches Umweltproblem, glaube ich. Wobei ich jetzt keine Biologin bin, wenn ihr mehr Ahnung habt, dann schreibt es in die Kommentare. Ähm, in Meiling, äh, ist die Kläranlage und da, und diese kleine Insel auf diesem kleinen Meilinger See, ja, den kennt ihr jetzt vielleicht in der Mehrzahl jetzt eh nicht, aber, alter, die ist so verdreckt. So viel ekelhafte Atmosphäre. Äh, an dieser Kläranlage bin ich dann mal zurück, ähm, geradelt nach Hause, es war Sommer, es ist halt nicht weit weg von mir hier. Ja, und da habe ich eine Taube gesehen. Ich habe noch nie so ein, ich glaube wirklich, dass ein Dämon in diese Taube rein inkarniert wurde. Das war die hässlichste Taube. Ich habe nichts gegen Tauben. Ich finde, Tauben sind ein Symbol für dunkle Seiten und für helle Seiten. Und ich glaube, der Mensch ist neidisch auf Tauben, weil die Tauben einfach alles futtern und sich einfach vermehren, ohne so viel über irgendwelche männliche Moralvorstellungen nachzudenken. Ich habe eine sehr philosophische Ansicht zu dem Tier Taube. Auch wenn ich es selber verjage, sollte es sich einnisten auf meinem Balkon und sich hier vermehren wollen. Aber diese Taube war so hässlich. Also wirklich, die hatte, die hatte wirklich, ich glaube, blutunterlaufende Augen. Ja, ich versuche so ein bisschen dämonenhaft hier darüber zu bringen. Aber die hatte so irgendwie, ich glaube, eine Seite von ihrer Schnauze oder wie heißt es bei Vögeln, war so dunkelschwarz und die andere Seite irgendwie hell. So weiß-hell. Also das war so ein grottiges Tier. Also mir ekelt es. Und die habe ich dort gesehen. Du musst einfach nur die scheiß Augen aufmachen. Hör doch mal auf, ja. Immer nur auf die Wissenschaft zu glauben und andauernd immer nur Messwerte zu wollen. Mach doch einfach mal das Herz auf, Patriarchat. Tu doch einfach mal die scheiß Augen aufmachen und sei doch einfach mal ehrlich zu dir selbst. Und dann bräuchte es den Mond hier gar nicht. Es ist doch klar, dass man langfristig alles zugrunde verdreckt, ja. Audi-Abgasskandal. Ja, so viel zum Thema. Da sind ganze Manager in den Knast gewandert, weil da Regeln, Umweltregeln nicht eingehalten wurde. Und es einen riesen Skandal, Umweltskandal gab hier in der Audi-Stadt, ja. Es geht natürlich ums Thema Geld. Holla, die Waldfee. Ja, man müsste ja langfristig Geld investieren, ne. Und dann werden, oh Gott, dann werden natürlich Messwerte verlangt von irgendwelchen Wissenschaftlern, anstatt einfach mal in der Umwelt zu schauen. Und sowas macht die Frau. Die Frau ist mit dem Bauchgefühl am Start. Die Frau sagt dem Mann so nicht, Arschloch, ja. Ich erwarte ein wenig mehr von dir. Nein, ich gehe mit dir nicht spazieren, auch wenn du mir das auf Tinder vorschlägst. Und lauter sowas. Die Frau hebt das Niveau. Die Frau hebt das Niveau einer Gesellschaft. Dadurch, dass sie Nein sagt oder Ja. Alles ist hier für die Frau gebaut, gemacht. Die Klimakräber. Das ist hier die zweite Kelche. Aber trotzdem geht es hier auch ums Geld. Trotzdem ist diese Klimakleberei auch eine politische Aktion. Auch die wollen Prestige. Auch die wollen Gelder. Auch die streiten sich. Auch die wollen ihre Aggressionen irgendwie loswerden. Die sich aufgestaut haben. Naja, ich meine, eine unterdrückte feminine Energie, das ist es ja hier, hat Aggressionen, die sich aufgestaut haben. Und das wird hier losgeworden. Hier wird sich Sorgen gemacht. Es ist eine uralte Angst vom rationalen Patriarchat. Und Männer sind ja so rational, ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Haben dann trotzdem wieder emotionale blinde Flecken wieder an Stellen, wo ich mir denke, Alter. Hier ist eine uralte Angst vor dem Patriarchat, aber auch eine große Wut. Das heilt eine uralte Angst vor dem Patriarchat ihr Leben. Diese Aktion. Das ist so das, was da unterschwellig der Motor auch davon ist. Hier geht es auch um Prestige und um Selbstbewusstsein sehr. Zum Thema Ermächtigung, aber auch eine Ohnmacht. Ich sehe nicht wirklich, dass das... Ja, es geht um Macht, ihr Lieben. Es geht um Macht, es geht um weibliche Macht. Nicht so sehr eigentlich, um die Welt zu retten. Nicht so unbedingt. Das ist nicht wirklich die Intention. Interessant, oder? Aber weibliche Energie ist immer ganzheitlich. Und die Frau möchte es schön haben. Die Frau möchte, dass es gut riecht. Die Frau möchte, dass die Natur gedeiht und blüht. Die Frau möchte einen schönen Ort, um sich zu reproduzieren. Und sie kann nicht gleichzeitig schwanger sein. Und Alice Schwarzer sein zur selben Zeit. Das ist nicht funktionell. Danke. Gebt ein Like, teilt das Video und bis zum nächsten Mal, die Michelle Direlle. Und wenn ihr mich braucht, schreibt mich an.